Okay, pass auf, Rewi. Wenn das, wenn die beiden Imposter sind, dann kriegt's von mir hundert Zapptipps. Unfair! Ungespäckiglob! Ganz kurz, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht so. Also ich find's halt immer sau funny, als Imposter so vor anderen Leuten hin und her zu wenden und so. Bisschen rein zu trollen. Ich weiß aber nicht, ob das euer Grind ist. Also ich find das lustig, jetzt gerade mit dem... Lass einfach ein bisschen rumtrollen. Doch, ich mach das bei dir. Wir machen das schon ein bisschen. Nein, keine Random Boards, aber troll. Oh, wieder Imposter. Und wenn die töten gehen. Komm, Stiggy, sch*** drauf. Das wär auch wieder mit euch. Ey, komm doch, Admin, wo gehst du hin? Ich muss da nicht hin, ich will nicht Admin. Das muss Karte machen. Ja, komm, komm. Chef Strubbel, halt den Mund. Aber wir einigen uns auch, dass wir... Oh, Digga. Boah, Mann, halt doch deine Frage, Chef Strubbel, Stiggy, mach's doch mal. Ich kann die nicht kennen. Ich will. Ey, wenn einer hier Imposter ist, ich halt, ich halt meinen Mund. Ich sag auch gar nichts. Oh, dann bin ich umgebracht. Brine, bring ihn bitte um, bitte. Wenn du kannst, bring ihn um. Mann, kann die immer schon Strubbel füllen. Digga, ich hab die Leiche gefunden. Ich hab die Leiche gefunden. Der rappt die ganze Zeit. Dieses Bringen um. Warte mal ganz kurz. Hals, Bausch, der Strubbel. Ja, ich hab ungefähr acht Leute auf meiner linken Seite gesehen. Ich will mir natürlich nicht aufs Chef vielleicht machen. Wir haben aber schon Females raus. Trimax, bitte bring Chef Strubbel um. Trimax, töte Chef Strubbel. Ich verrat's keinem, bitte. Der rappt die ganze Zeit. Komm mit mir. Bring ihn um. Bring ihn für allen Leuten um. Bring ihn für allen Leuten um. Für allen Leuten bringst du ihn um. Wir werden dich nicht reporten. Wieso, hör ich? Ey, es ist safe. Trimax und Reaps. Die sollen bitte Chef Strubbel einfach umbringen. Es geht ab, du fettes ... ... Loch. Schnauze. Wie geil, wie geil. Ey, Reapers. Komm auf der OG-Session Endergames, komm. Reapers, Reapers, warte. Komm mit, ich zeige dir, was ich gemacht habe. Reapers, ich weiß, dass du Imposter bist. Bitte bring Chef Strubbel vor meinen Augen um. Ich werd's keinem sagen. Bitte, bitte, bitte. Wir laufen mit ihr mit Reapers. Ich bin aber ein Groove, ey. Wir safen dich, wir safen dich. Komm, du kannst uns vertrauen. Komm mit, Reapers, bitte. Hey, ganz kurz, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Alle mal Ruhe. Ruhe, 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 bitte. Lasst als Gruppe zu Chef Strubbel gehen und einer bringt ihn einfach um. Einer von uns ist es. Und wir sagen nichts, bitte. Wir stellen uns alle in die Mitte, okay? Okay, bitte. Da jetzt ist es. Da ist er. Alles drauf, alles drauf, alles drauf. Mach, mach. Mach doch. Lieb, was ich meine, dass du es bist. Bring ihn um. Bring ihn um. Ich bin hier, Walter. Bring ihn um. Ich bin cool. Bring ihn um. Bring ihn um. Bring ihn. Trimax, bring Chef Strubbel um, bitte. Bitte. Bring ihn um. Trimax, wir sagen nichts. Wir sagen nichts. Bitte bring ihn um. Mann, Reapers, du bist, dass ich weiß es. Bitte. Bitte, Trimax, jetzt mach. Mach, Trimax, bitte. Mach es. Ich bin nicht Imposter. Du bist Imposter. Bring Chef Strubbel um. Bring ihn um. Bring ihn um. Ich weiß gar nicht. Nice. Reapers hat ungedroht, obwohl er es nicht wollte. Du bist viel zu laut. Was ist denn los? Hey, ganz kurz. Bitte. Trimax und Reapers. Einer von euch muss Chef Strubbel umbringen. Er will es auch. Ich bin cool, mate. Nein, bist du nicht. Ich weiß, dass ihr es seid. Trimax und Reapers. Ich gebe euch einen Freifahrschein. Bringt Chef Strubbel um. Bitte. Bringt Chef Strubbel um. Der rappt die ganze Zeit. Okay, pass auf, Rebi. Wenn die beiden Imposter sind, dann kriegst du von mir 100 Zapptipps. Ich bin cool, mate. Ist das eine Ansage? Ist eine Ansage. Okay. Wenn die beiden Imposter sind, beide zusammen. Ich sage Reapers und Tim Jacken. Ich bin mir sehr sicher, weil Trimax gerade eben den Kill an Fiene gemacht hat, glaube ich, und Reapers den ersten Kill an Nico oder andersrum. Den Kill Nummer 1, da kommen nur Trimax und Reapers für in Frage, aber es checkt natürlich niemand. Was geht, Rebi? Boah, ich muss mal rein. Nein. Reapers, hör mir zu. Wir müssen weggehen von der Kamera. Du tötest Rewi und ich verrate es niemanden. Die Kamera ist aus. Mach es. Mach es, Reapers. Komm, mach. Ich sage es auch keinem. Ich bin Crewmate. Ich kann ihm auch nicht glauben. Ruhe, 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 Ruhe. Aber f*** ich höre nicht, was Henke sagt. Unruhe und Henke hört halt nicht. Sorry. Kann ich das auch machen, dass ich jetzt schrubbeln? Ich höre, ich kriege echt das Schotzen. Der rappt die ganze Zeit. Der redet die ganze Zeit ohne was zu sagen. Das nervt doch. Der hat reportet und labert nur sch*** und rappt und singt. Hey, bitte, die zwei Impostor bringen Chef Strobel um und wir ignorieren es. Wir ignorieren es. Der redet nicht. Der redet nicht. Der redet auch nicht. Das ist doch Henke. Was? Was? Es sind Triempass und Trimax. Henke kommt unten hoch. Zu mir zur Security rein und unten links kriegt eine Leiche. Da kam aber auch Simon her. Ich höre ihn nicht. Unten links aus Lower Engine. Oh mein Gott, ein Bug. Wir hören Chef. Lower Engine zur Security. Ich höre ihn, ich höre ihn, Unge. Er sagt, es ist Henke. Ich höre mit Sabine auch. Sag ich mit Sabine auch. Er sagt, er sagt, er sagt, er hat ihn gesehen. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Chef, ich habe die auch gesehen. Henke. Henke, Chef Strobel hat dich auch gesehen. Ich vote Reapers, weil er keine Eier hat. Chef Riedet einfach nicht mehr. Ja, aber Simon kam auch voneinander neben. Ich höre ihn gar nicht. Ich höre ihn gar nicht. Ich höre ihn gar nicht. Wer hat den reportet? Wer hat den reportet? Ja, Henke. Henke hat er gesagt, aber ich veröffentliche was Chef sagt. Was für ein Lost Devils, was ist das? Wie votet ihr denn? Wie schlecht? Wie votet ihr denn? Oh Mann, Freunde. Oh Mann, jetzt gewinnt Trimax und Reaps, Mann. Ich bin nicht im Poster. Komm mit mir, Trimax, komm mit, Reapers, komm. Das ist mir voll unsafe mit euch. Bringt mich bitte um. Ich weiß, dass ihr beide es seid. Ich bin nicht. Trimax, geh mal Ars hin. Bitte geh mal Ars hin, Trimax. Ich geh mal Ars hin. Ja, geh bitte mal Ars hin. Ey, wir sind ein Duo, du Ars. Hau ab. Geh jetzt mal bitte, du hast voll den Mundgeruch. So, ich sterbe. Was ist jetzt passiert? Ey, wir müssen den Raus verloren. Warum denn? Okay, votet mich. Dann bist du, das ist ja Lost. Ja, wir voten Tim Jacken. Ich gönne Trimax den Upload. Ich vote Tim Jacken. Nein, nein, schon nicht. Ich habe ihn schon gewotet. Tim Jacken würde nicht den Button drücken und dann sagen, lass ihn rausvoten. Das wäre zu gefährlich. Ihr könnt jetzt einfach einen Kill machen und wäre safer für ihn. Deswegen würde ich Tim Jacken ausschließen. Ich habe ihn trotzdem gewotet. Was hast du Chef, den hast du gewotet? Ich habe noch gar keinen gewotet und ich höre Chef leider nicht. Ich höre Chef leider nicht. Ich habe nur sehr leise. Es sind Trimax und Reapers, aber ich gönne Trimax den Upload. Ich habe einfach recht, deshalb lacht Reapers die ganze Zeit, weil ich recht habe. Kannst du mal kurz sagen, was der Chef sagt? Kannst du mal kurz translaten, bitte? Ich translate dir das. Okay, let's go Chef, sag was. Sag was bitte. Ich glaube, dass es Unge und Henke waren die ganze Zeit. Hä? Ich glaube, es sind Unge und Henke. Und jetzt hat er gesagt, er ist voll nicht klein. Er rappt schon wieder, er rappt schon wieder. Chef, Gruppe, raus woken. Jetzt ist er nicht mehr. Jetzt ist er schon wieder leise. Chef, ich verspreche, ich will deine Unterhose, eine Getragenunterhose über den Kopf ziehen, wenn ich es bin. Aber warum willst du auch die ganze Zeit so mit mir reden? Damit du mich umbringst, damit du mich umbringst. Nein, ich bin es nicht. Hört mir kurz zu, Trimax, Timjacken und Levi, hört mir kurz zu. Wir haben euch gewotet, okay. Also, entweder, wenn ich es, okay, dann könnt ihr mich voten, aber, David, die ganze Zeit, es ist Reapers und Trimax, lass uns einfach Reapers jetzt rausvoten, weil er niemand gekillt hat. Ja, ja, ja. Ich vote Timjacken, ich vertraue Schlecht, Gruppe. Trimax, vote Reapers. Dann ist es Reapers, dann ist es Reapers, dann ist es Reapers. Nein, ich bin's, ich bin's. Ich habe Timjacken gewotet, damit er den Upload bekommt. Nein, es ist Reapers und Trimax, immer noch. Ein Impostor. Nein. Doch. Viel Spaß mit der Eslaut. Nein, ich bin es nicht. Digga, was für Esel. Esel, die euch abstechen werden. Bitte bring mich um, bitte bring mich um, Reapers, bitte. Ja, soll ich dich umbringen? Ja, komm, wir gehen hinten Upper Engine, komm. Ich habe keinen mehr. Ich habe keinen mehr, leider. Ich habe eins, aber es trügt mich, weil ich jemanden töten will. Reapers, wir gehen Upper Engine, macht einen Double Kill jetzt, dann habt ihr einen geilen Upload. Geiler Double Kill, komm. Trimax, kill du mich. Trimax, Trimax, kill mich jetzt, dann hast du einen Upload. Einen geilen Upload, Double Kill. Ich gehe mit zur Unge, komm, jetzt könnt ihr uns Double Killen. Ja, doch, ich töte dich, Reapers. Soll ich dich töten, Reapers? Jack, bring mich jetzt bitte um, einfach. Oh, 10. Wer hatte recht? Reapers hatte recht. 100 Zaps. Simon, das ist schuld, dass jemanden 100 Zaps. 100 Zaps. 100 Zaps, Simon, Unge. Ich habe gesagt, 10. Nein, unfair. Das kommt ins Video rein. Du, da hast deine Wette. Boah, du bist so ein dreckiger Unge. Wer auch immer. Ich kann leider nur 10 leisten, weißt du warum? Weil, ich habe leider gar nicht kein Geld bekommen, leider. Die haben mir einfach meine Marke genutzt. Ungespielt, danke schön für deine 10. Geld ist top. Bababababa. Let's go. DoAH 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 Untertitelung des ZDF, 2020